Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter vor acht. Heute gab es Sonne am ehesten im Westen und Südwesten Deutschlands und auf den Bergen, so wie hier zum Beispiel der Blick vom Bällchen in Richtung Allgäuer Alpen. Die sieht man hier hinten ganz klein, da konnte man auf dieses Nebelmeer unten drunter gucken. Meist haben jetzt in den letzten Tagen und auch heute nur die Berge rausgeguckt. Ansonsten war es Nebel, es war Hochnebel, der bei uns unterwegs war, aber Temperaturen doch relativ hoch, zumindest wenn es dann mal auflockerte und man nicht den ganzen Tag in der Suppe hing. So sieht es für die nächsten Tage aus. Die Temperaturen, hier Beispiel Berlin und Sie sehen, es ändert sich im Augenblick wirklich täglich. Mal sieht es so aus, als wenn es über Heiligabend ziemlich kalt sein würde. Jetzt wieder ein Verlauf, der zeigt, dass es gerade an Heiligabend und die Weihnachtstage eher wieder ein bisschen wärmer werden würde. Das ist das Mittel aus ganz verschiedenen Prognosemodellen, die wir nutzen und die wir uns angucken. Da gibt es im Moment auch noch ein paar Ausreißer. Also Modelle, die sagen für den 24.12. so um die 5, 6 Grad. Andere Modelle wiederum sagen um minus 1 Grad. Am wahrscheinlichsten ist im Moment dieser weiße Verlauf, was bedeuten würde für Berlin zumindest so knapp über 0 Grad, 1, 2 Grad und dann sogar eher etwas ansteigende Temperaturen. Und bis Mittwoch wird es auch für die meisten trocken sein. Am ehesten fällt mal so ein bisschen Nieselregen oder am Sonntag auch leichter Regen. Aber bis Mittwoch meist trockenes Wetter. Schnee bei den Temperaturen sowieso so gut wie kein Thema. Und man sieht auch, wir liegen unter Hochdruckeinfluss. Deswegen Nebel, Hochnebel. Die Luftmassen werden im Uhrzeiger, sind ums Hoch geführt und sind dementsprechend recht feucht. Deswegen sagt man ja auch hoch über der Queen, Nebel über Berlin. Und das galt eben im Moment nicht nur für Berlin. In der Nacht Nebel, Hochnebel. Im Norden auch ein bisschen Nieselregen. Wolkenlücken im Süden schließen sich oder es bildet sich Nebel. Temperaturen dann meist 2 bis 8 Grad. Minus 1 bis minus 8 Grad zum Beispiel direkt am Alpenrand wie Oberstdorf oder Garmisch. Morgen Vormittag wieder Nebel, Hochnebel im Süden am ehesten etwas Sonne im Laufe des Nachmittags dann im äußersten Süden. Und an der Ostsee Sonnenschein, sonst dichte Wolken mit ein bisschen Nieselregen bei Werten von meist 5 bis 10 Grad. Der Wind dazu überwiegend schwach, dreht sich im Uhrzeigersinn ums Hoch. Sonntag Nebel, Hochnebel, Montag kälter, aber sonniger.